In diesem Film lernen Sie den Kalenderdruckassistenten kennen, der die Druckmöglichkeiten von Outlook 2007 deutlich erweitert. Wie Sie ihn einsetzen, erfahren Sie in den folgenden Lernfilmen. Die Druckvarianten von Outlook sind nicht gerade berühmt, das weiß auch Microsoft und stellt ein Zusatzprogramm zur Verfügung, mit dem Sie von der Tagesübersicht bis zum Jahresplaner alles aus dem Kalender hervorlocken können. Microsoft stellt den Kalenderdruckassistenten als kostenlosen Download zur Verfügung. Am besten googeln Sie nach einer der geeigneten Downloadquellen. Nach der Installation finden Sie ihn in Microsoft Office, Microsoft Office Tools. Eine Tagesübersicht für den nächsten ereignisreichen Tag mit allen dazugehörigen Aufgaben ist schnell erstellt. Oder Sie drucken gleich die komplette Wochenübersicht, nicht nur mit Ihren Terminen, sondern auch mit denen Ihrer Teammitglieder. Die Königsklasse ist ohne Zweifel der Wandkalender mit der Jahresübersicht, die Sie, passender Drucker vorausgesetzt, auf Wunsch auch im Format A0 ausdrucken können. Die Königsklasse sind ohne Zweifel der Wandkalender, und die wir haben mit den Passagenden, die wir erweitern, und die wir endlich stellen. Sie sind mit dem Tag mit dem Passagenden Handelskreis, die wir im Format A0 ausdrucken können. Die Schöger sind mit dem Passagenden und der Packung der E3. Die Entgegenziehung ist komplett aus'reggen. Vielen Dank.